1977, da hatte ich ein Orgelkonzert gespielt und der Heinrich Böll war einwesend und da hat er gesagt, was, Sie sind Organistin? Da habe ich gesagt, ja, ich bin eine Hierarchie-geschädigte Organistin, weil wir viel Argel in die Kirche haben. Und dann bietet mit mir der Falken, Herbert Falken, das Bild für die Hierarchie-geschädigte Rosalinde. Und zwar ist das, also auf der einen Seite, Hierarchie-geschädigte Rosalinde, also der Pfaffenhut, das ist der katholische Pfarrer, der sagt, hier musst du hin und hier, auf die andere Seite und hier. Und das mit diesem Luther-Mätzchen, das ist der evangelische Pfarrer, der hat es aus dem Mund raus, das Wort, die Bibel sollst du lassen stehen und da ist alles das Wort und oben sind es die Augen hier und da und überall. Und das war, also, das ist ein spontanes Geschenk vom Herbert Falken gewesen, im Beisein vom Herrn Falken. Der Selbstverweis, gell? Ja. Vielen Dank.